Hier, das ist doch der von dem Fürsten und dem Kaunitz. Was ist das denn? Nee, das ist ja der Reinkmann. Das ist der von dem der Reinkmann. Ich meine nicht. Da haben wir beide einen Fürsten. Das ist der Reinkmann, ja. Das ist ja der Fürsten. Wie heißt der Hund? Der Fürsten ist der Reinkmann. Wie heißt er jetzt gestern im SV, diese Produktion, wenn jeder, hat er es mir gekriegt. Also wir sehen, wer da alle trug ist. Das ist Kettbeendung, hast du gesehen? Das ist Kettbeendung. Normalerweise. Das hat so frei Bedürfnungsgeführung, bis das ist, ja, das ist normal. Ja, gut, bis jetzt sind wir noch nicht. Das ist schön. Wenn du es wärst und ich, wir werden das als auch nicht, wenn doch. Wir waren zusammen, das heißt, wir haben die Sierbeendung. Und da wird es erst mal das Männchen tun. Das ist ja nur ein, zwei, zwei, drei, drei. Das ist ja alles nicht richtig. Du weißt, es ist Hoppehunde. Damals mit dem Erzinger drauf, der Helmut zu schlagen, hat die Sparker macht vermutlich, und gleich ist das ein Züge. Äh. Und der Kerzinger, da war mit Glas, wie eine Attrappe war es gewesen. Das ist für ein Gerichter. Nein, genau. Das ist alles mit zweierlei Maß. Das ist nicht richtig. Das ist nicht ganz wichtig. Das ist nicht richtig. Na, nicht richtig. Aber da war einer ein bisschen passend, wo die Hände. Das ist nicht so, dass wir das haben. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir das haben. Noah, das ist auch ziemlich gut bei mir. Wir sind Tierschutzteile. Das sind vielleicht nicht also von der innen. Das ist so ein bisschen warm. Du hast doch gesehen, wir haben uns gestern auch noch einmal mit dem Büchel und Watteltrein. Hier, 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 hier. Wir haben die Kamera eingestellt. Ja, hier, hier. Geht doch, oder alles? Ja. Dann ist die hier von 6. Hat sich festgemacht in Paderborn. Hier. Ein Riffel von der Landesgruppe, die Dritte. Ach ja. Das ist aber ein langer Teil, wo dein Förster war. Ja. Wo? Förster? Paderborn. Gratuliere. Was ist denn da? Wir haben das von Rheinland, glaube ich. Von 6 aus Wagen. Was ist der? Ja. Ist der? Ja. Ja. Ist der? Ja. 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 Dann bin ich dritte Mal, Daniel, war 06013. Ja, ja, herren. Hallo. Ja. 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 Horst, da lag schwarz. Na ja. Ja. Aber weiß er, schwarz ist keine Farbe. Schwarz ist keine Farbe. Ich bin ein bisschen schwarz. Wenn du gut bist, hast du mir den Schwarzen gesehen. Geile Leute, bist du scheiße, haben wir den Schwarzen. Wenn du gut bist, haben wir den Schwarzen. Dann sprechen sie. Kaun gibt's viele. Ich bin ein bisschen drauf. Ich bin ein bisschen drauf. Wenn du lösst, ist ein bisschen drauf. Es ist egal, ob du es verloren hast. Es ist egal. Wenn ich die Welpen schuze, die mich auch ein bisschen, wenn sie den Wesen kursen, haben, mir ist es aber scheißegal. Wenn du verloren hast. Die Welpen guck ich mal. Wenn die Welpen, guck ich mal. Na ja, wenn die größer ist, dann ist mir die Farbe scheißegal. Wenn ich nicht verloren habe. Wenn du dann eurer schon prüfen. Ja. Man wird hier und geht ganz gut alles so. Da ist der Springer noch ein bisschen ab Saison. Er trennt aller Wohl. Lässt gut ab. Mit einem Vorhand. Ja. 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 Sie wollen ja nur weitere Stände, oder? Sie wollen das für ihn, das will ich auch machen. Wir haben den Wald, der hat den Chef, der ist doch was. Hier Psychotherapeutin wohnt man. Sie macht doch wie hier zehn Stück. Ja, da ging es da hin. Ohne Biemacht. Ach so. Und die hat dann wohl Herzprobleme. Da hat er dann auch gearbeitet, wo nicht recht ist. Ja, und hat sie bestimmt. Ja, das sind dann nicht so. Wie bist du an den 100 angekommen? Ja, ja. Und der hat ja noch einen Monat, weil der hat den Chef. Der hat den BK, der hat den Job, der macht den Eindruck, der kriegt noch Wälder, der hat die Wälder. Hat der noch was gebaut? Der hat, nach dem Kind hat er ja Wälder. Ja, Wälder? Das muss ich nicht sagen, ne? Wir suchen noch einen jungen Hund hier. Das wird gut sein. Lori, die Hunde habe ich schon jetzt weggemacht. Die Rotwahlhunde. Jetzt will der Schäfer einsteigen. Nein, aber ich will einen kaufen. Und den will ich ihm dann so lange geben. Ach so. Verstehst du? Weil der hat ja keine Wälder gehabt. Sonst hört der mich nicht auf. Wenn du denen jetzt nicht was innestellst, hört der auf. Ja, das hört mir dann. Ja, ich weiß, ich muss jetzt jemanden, der Fritz hat mir jetzt jetzt, der muss ich aber nie, der will doch nicht. Ja, 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 der will nicht mehr. Soll ich es halt noch mal halten. Der will nur noch schön jetzt ein bisschen essen gehen. Na ja, so. Na ja, seine Frau ist auch da nicht so ganz, ne? Die weiß noch nie für die Rotwahlhunde. Die macht sie das. Wenn sie muss, auch die kann die jeder so ein bisschen, ne? Der Fritz hat mir ein bisschen erzählt, ich würde gerne so viel töten und das passt drauf. Ne. Der will auch keine Rotwahlhunde. Ja, der hat ja noch recht. Das ist eine Rotwahlhunde. Hier, zeige ich mir noch mal einen guten Rotwahlhunde. Das sitzt gut in mir, oder? Ja. Das ist nur noch Schrott. Zwei? Ja. Ich verstehe. Er will keinen. Ja, seit Jahren auch. Jetzt muss ich sehen, dass der was kriegt. Verstehst du? Ich hätte mir bei den Edgar-Wassack geholt, aber das hat mir eine Toch-Ausage. Perfekt. Und was macht sie dann nach wie vor mit Falten? Toch! So sieht keiner. So sieht keiner keiner. Es hat erst Ablage ab. Es war's. Das war's. Marat. Was war damit wohl ein geiles Diggi quelqu'in? Nein, was ist das? Wir hatten vorher schon mal einen Loslauf. Das ist ja identisch. Was ist das? Sie haben zwei Fachbörben gemacht. Was haben Sie gemacht? Zwei Fachbörben, weiß ich nicht, außer Alam.